moin leute und herzlich willkommen zurück auf meinen kanal danke dass ihr da draußen wieder eingeschaltet habt und heute gibt es mal battlefield 1 aber kein normales battlefield 1 sondern heute öffnen wir unsere 10 kisten im battlefield ich habe noch nicht mal eine einzige geöffnet in den ganzen durch gespielt habe deswegen jetzt mal ein extra video für die leute die es interessiert so fangen wir doch mal gleich mit dem soldat an so öffnen wir das sieht doch wunderbar aus ich würde sagen hinzu viel und den booster haben wir auch bekommen ja das ist natürlich richtig geil so ich muss noch mal ganz kurz was einstellen weil das sound ist jetzt so oder bin ich auch wieder kurzes cut gehabt so weiter geht's mit dem zweiten pack öffnen ja die sieht auch nicht mal so schlecht aus nehmen wir auch so version 8 haben wir hier noch öffnen wir hinzu wir fügen alles hinzu so jetzt haben wir hier noch eine version vom ersten ja wieso nicht schön in gold alles und ist wohl der gold tag so version 2 ja kann sich sehen lassen so was blau ist blau ist immer gut so version 3 haben wir noch zur verfügung ja das ist wohl nicht standard aber wir nehmen das trotzdem mit erstmal ich glaube man kann sie dann noch immer noch zerstören lassen sicher bin ich mir nicht auch wieder was standard so nächste kiste wieder was standard ach schade die sieht gar nicht mal so schlecht aus so letztes pack was blau ist ja nice die sieht auch nicht schlecht aus hinzufügen so packs sind aufgebraucht wenn euch das kleine opening gefallen haben sollte dann lasst einfach mal einen daumen oben da wie auch immer ja und ich bin Herr Hosterführer bis zum nächsten mal Ciao